So was geht ab wie willst willkommen zur nächsten folge let's play league of legends road to plastic 5 ich darf mich ganz herzlich begrüßen und ich bin Stannik natürlich und ich werde euch jetzt einfach mal hier auf ansage versprechen dass wir Und den top lane nasus da jetzt so richtig auseinander nehmen werden wir kaufen uns jetzt ein langes schwert drei pots und gehen sofort straight on the top lane und Dann wird jetzt erst mal ordentlich gerockt denn es muss einfach so sein Nasus das ist einfach ein ghost da ist noch nicht mal ghost auf ihn okay er spielte mit flash und ttp Und also ein unwissen so ein sammler pick das muss das muss gemetzelt werden okay gut machen wir das jetzt ansonsten haben wir luschen Mit leon auf der bot dem gegen knoscherteam luchs in der mitte das wird auch nachher gut für uns die können wir auch schön natzen und nocturne hat Ja den jungen gewählt da gucken mit welchem alten er bauen wird in welchem lange alte ich kann war hier den blut noch ein bisschen Wir haben glaube ich auf der bauten genau ein jetzt support soweit ich das genau eine support auf der baut mit sie wir dann effekt an egaler dann auf jeden fall und Was ich aber nicht warum sie dieses hier mit nimmt oder ein geist so viel sinn mit er will denn ich mein Wenn dann können wort sind und böse sein wenn es pink wort sind und pink wort sind nicht selbst also macht so wenig so viel sinn meiner meinung nach aber okay Ja und niederledern wohl in der mitte bin gespannt wie der so meistert ich hoffe mal gut Ich würde sagen es kann losgehen ich bin gespannt wir waren viele auto text im nasus geben Und uns hier maximal darauf konzentrieren dass es hier wirklich jetzt erfolgreich wird Denn es muss einfach mal ein bisschen erfolgreich werden ich hatte jetzt viele scheiß matches Und ja Kommt mal 155 stoßen die minions hier ungefähr aufeinander hier kommen die ersten eine ganze weile später Ich kann jetzt sogar noch ein bisschen blocken hier Jetzt kommt die metzelt aufeinander So klitzekleines problem haben wir ich weiß gerade nicht ganz genau wie rum wir am anfangs decken Jetzt denke ich mein hoch skill ich glaube unter q als erstes Ich bin euer So komme Ich fühlst dich gesund oder was fühlst du dich gesund oder was Uh that creed Fühlst du dich gesund oder was wir müssen nur müssen aufpassen mit dem first gang wen haben sind lange noch schon sagt mir Da kann ich mir sehr sehr gut vorstellen dass er nach oben kommen wird der erste gang So wenn er jetzt nur gleich irgendwie scheiß und abtauer farmt dann sollte er da auf jeden fall schon mal eine ganze ecke ans cs verpassen Ich denke mal er kriegt es hier ist jetzt ihr nicht hier Mit schöner merken wir hier ganz entspannt lasst hat unser 15 jetzt für mich sieben jetzt für ihn da jetzt hat er den dicken da Sollte eigentlich bekommen außer er ist er ist nicht ganz so retarded Schade Scheiße Ja, okay, das war eng auf jeden fall Das war wirklich scheiße knapp hier mit mir und auf der top lane also Eine weitere sache und ich wäre auf jeden fall mehr als down gewesen Aber gott wollte es so dass ich es survive Oh, ja, es haben wir alles hier noch gefahren denn sollten wir echt jetzt sollten wir ganz gut sein 32er cs hier in 10er bei nasus also Ja, das sollte auf jeden fall jetzt laufen gut und können wir uns jetzt mal diese hier und Okay, jetzt haben wir auf jeden fall schon mal ein richtig nice Womit wir auf jeden fall ganz gut abgehen werden jetzt So ich habe natürlich auch armor quins gerade eben jetzt also nicht quins habe ich auf jeden fall arme rune dabei oder müsste da nicht ein ganz paar drinnen sein Und ein bisschen live der wie auch dabei So aber bin ich echt froh dass jetzt nicht 1 zu 0 für das gegnerische team und das danach ist er jetzt nicht für das blatt hat und so Ich sehe auch schon wieder bullshit auf ihn und zwar wieso kauft er sich jetzt Äh Ein paar viele minions aggro Ein paar viele minions aggro So dann metzeln wir die mal ganz und alle hier Er setzt mir schon noch ganz gut zu muss ich sagen das gute ist natürlich dass er halt Nicht so was hat wie ein dings Und damit damit nice ich war auch level 6 ich hatte auch ulti gehabt also hat mir in der märz dicke gehabt vom dinge Und die zinnig klingelt die hat auch noch mal richtig reingebettet also sieht gut aus Hallo und Das kann man sogar schon hier anfangen wie im jungle hier gegen zu Metzeln Und der ghost version wieder ab Noch ein bisschen cooler von unser e Ja und er geht wieder raus und oder extended Ignite es ab Hey Hey Folgt meiner klinge Folgt meiner klinge Stimmt In die schluss Hey 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 lux was machst du hier oben richtig gott da ist das ein bot das ist das für eine lux ist das luchse port das ist den blick immer richtig nicht den an ich habe mal richtig nicht krasser schilder nein das ist jetzt nicht ernst hat das ist ein bot das muss ein bot sein das ist was ist das bitte was ist das leute was ist das mein gott ja es muss ein troll sein ich meine sechs hast die ersten alles was sie da hat komisch kriegt sie schon mitte gepickt da macht nur scheiße denn 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 die schlacht wie sie kommen er konnte barb viel zu langweilig oben passiert ja gar nichts ich bin auch so op ich brauche kein wort das ist nur was für kinder dieser nase ist ja auch nicht so der hellste ok da kommt wieder der troll und dann leute das ist das ist ein troll ich mache das ganze spiel kaputt ich finde das auch so unnötig von der wir haben es eigentlich geil gemacht so von dinge gewonnen ist sozusagen als wenn sie eine afk typen hätten ja der hat die größeren boots ich habe da nur die kleinen boots läuft einfach davon was für eine muschi wir fahren uns wie nur so eine kranke socke hier fahren uns ja wie so eine kranke socke ich bin euer schlimmste ich habe schon war wie Schmeitet er ihn mir weg Ja, warum nicht? Gehen wir nochmal weg Come on Jetzt aber Ich muss den Top-Lane-Nasen nämlich immer ein bisschen aufhalten Jetzt ist alles gut, keine Angst Everything ist fein Wisst ihr, wir bauen das mal ganz freaky Diese Boots hier Weil wir jetzt ausrasten wollen Wir wollen jetzt ausrasten Wir wollen die ganze Map roomen Wir wollen jetzt richtig ausrasten Ich muss schneller vorankommen Ich will die ganze Map up farmen Ich will Ich will Ich will unbesiegbar sein So jetzt komm her Komm zu, Papi Sie sind so feige, die Gegner Aber die Looks, die Looks Ich glaube, die werde ich auch gleich reporten Weil sonst reporte ich ja wirklich niemanden Aber diese Looks, die muss einfach reportet werden Weil ihre Weining ist gar nicht mehr so schlecht Ich bin euer schlimmster Alptraum Da bin ich natürlich ein Wut wütend ist Das wird ein Gemetzel Das wird ein Gemetzel Krank, wie wir sie alle auseinandernehmen Nein Bäm Bäm Liefsteer, Liefsteer, Liefsteer reißt diese basis ein ich glaube schöner mehr spiele ich noch mal bämm 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 wobei der lucian scheint da nicht schlecht gewesen zu sein naja es geht aber Oh Oh Kind of waiting Nein! Nein! Ich brauche... ...items zu kaufen. Sauber. Komm hier, geht gleich weiter. Oh, nicht schlecht. Na! So, jetzt haben wir wenigstens noch mehr zu stangen. Ab nach vorne mit dir. Wie ihr wünscht. Oh ja, komm schon, farmen sie alle nach hinten. Nein! Da war ein Ignite noch drauf. Die Ignite hat uns unser Leben gekostet, weil deswegen war mein Battle of the Room King hier zu lohnen. Et cetera, et cetera. Ich bin euer schlimmster Alter. Ich bin euer schlimmster Alter. Ich warte mal, 40 Sekunden werden sie auch surrendern. Wir müssen uns jetzt bei... 529 Laufspeed. Leute, guckt euch das an, wie geil wir den Nasus genutzt haben. Haben wir den geil vom Farm abgehalten oder haben wir den geil vom Farm abgehalten? Ich weiß, wer mir geil vom Farm abgehalten. Dankeschön. Dafür haben wir uns die größeren Boots gekauft. Oh, shit. Nooo. Ich weiß, wir müssen hier oben stehen. Ich weiß, wir müssen hier oben stehen. Fast. Sorry, bro. Sorry, bro. So. Mein ganzes Tower-Jewall. Ich will mir auf den Sack gehen. Sack gehen. Sack gehen. Oh. Gut rausgebetet. Get this. Ich zieh' ich noch in den Tod. Oh mein Gott, Leute. Was ist das für eine Scheiße hier? Kann man mal bitte finishen? Sack. 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 Nein, wir können nicht in die Team gehen, wir müssen solo gehen. Jetzt sollte er auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage aktiv sein. Stark. Oh mein Gott! Alter, man kann ja nichts machen. Blade of Stream King ist immer noch aktiv. Also hatte ich wohl doch mal ready. Ich dachte, er hat es schon aktiviert. Du hast doch mal den Inhip jetzt. Finish das doch mal. Wir haben schon seit 10. gewonnen. Was gibt's nicht? Ist der Nockgen so übertrieben? Was? Don't get it, Sir. Don't get it. Hol diesen Inhip. Das ist ein Befehl. Da ist mein Ghost wieder. Ah, fuck. Ghost hat ja irgendwie... Boah, ist die Tanki. Rein da! Immer weiter! Rein da! Rein da! Rein da! Rein da! Schiebt nach, Leute! Schiebt nach! Wir brauchen mehr Einheiten! Go, go, go! Alles in den... ...zum gegnerischen Nexus! Go, go, go! Okay, ich werde jetzt mehr Fokus auf die... ...Inhips haben. Go, go, go! Diese... Diese Items, die haben die gekauft. Die sind nicht okay. Oh, ne, wir sind ja im Halbfack-Ding. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Die Schlacht! Wie ihr brächt! Wie ihr Brächt, wie ihr brächt! Und.... Auch wenn... ...ein Gegner geht es nicht aufzufalten. Ach, was ist das? Wir kriegen jetzt einfach die Down Leute. Die Basis ist auch so unstürmbar. Oh oh, und jetzt bin ich tot. Nein, verdammt. Alter, was ist das für eine Scheiße, Mann? Ich will auch nur gewinnen. Wie heißt das Alte? Stoffrüstung. Das war eigentlich nicht gesucht, aber... Oh, das baut mir mittlerweile auch schon anders. Ach, da ist es. Das ist mir wieder eingefallen, so. Wie ihr wollt. Wir brauchen Amor. Das ist eigentlich so, so recht, ey. Wieso, wieso, wieso gehen wir nicht einfach einmal als Team? Boah, ist der Autotech langsam. Ich wette noch... Wir können das noch losen, ey. Allein der ist Gottlike mittlerweile. Der ist... Der ist von sonst was zu sonst... Oh mein Gott, ich hab richtig Schiss, dass wir das jetzt verkacken. Halt sie doch vom Porten ab. Leu, was geht denn ab? Oh, das bin ich ja sogar. Not so nice. Oh oh. Alle zurück, Leute. Was ist das für ne Scheiße? Scheiße. Oh man ey. So, ich mach jetzt einfach mal nichts. Ich warte jetzt wirklich nur. Ich warte jetzt, bis mein Team respawn ist. Was? Nein, ich warte doch nicht. Oh ja, okay. Gut. Flash gebildet. Yes, Sir. Können wir jetzt bitte finischen? Oh mein Gott, was für ne Runde. In die Flache. Zwei Bot. Das war schon wieder nichts. Das Ding ist ja sogar mit Lux haben sie eigentlich echt auch nur Bullshit. Macht er keinen Damage, deswegen die brauchen wir ja auch nicht fokussen. Oh shit. Ohhhh. Wer zum Tier. Krass, Alter. Da haben wir ja gerade ganz nett gefummelt würde ich sagen. Oh yeah. Ich hab jetzt bisschen das Gefühl, dass diese Lock irgendwie cheatet. So wie die saugute Binding ist eigentlich immer. Leute, was für ne komische weird round boys. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Gebt ihr einem bäbäbäbäb. Ciao.